Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Game und zwar spielen wir heute The Lost 4. Ich bin gespannt, was das wird. Der Entwickler, der das Spiel programmiert hat, war oder ist zu diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Ich bin gespannt, was ein 13-Jähriger so raushaut. Wir gucken mal rein. Press E or left mouse button to interact. Okay, you might not have any of performance issues, but if you do, high quality is recommended. Be aware of surroundings. He's always watching you. Okay, wer ist denn he? Aber das werden wir früh genug wahrscheinlich herausfinden. Is this real? Weiß ich nicht. It can't be. I thought I woke up, but okay. Träumen wir? This isn't my room. Okay, ich würde sagen, wir träumen. Äh, okay. Wo sind wir? Ach du Scheibenkleister. Okay, 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 cool. Also auf jeden Fall sehr hohe Decken, äh, Wände. Decken, ja, ist egal. Wie? Also, ne? Wo kommen wir denn hier raus? Ach du heilige. Ach du heilige. Okay, also, ich würde behaupten, wir träumen. Jetzt gucken wir mal. Hat uns hier so alles Schönes erwartet. Ah, schön. Enge Gänge. Ist immer toll. Ne war sie. Okay. Ist das jetzt wie so eine Art Pity, dass sich die Räume wiederholen? Ich hoffe nicht. Aber leichte Madison Flashbacks. Hmm, ja. Oh Gott. Okay. Es verändert sich so ein bisschen. Ne, verändert sich überhaupt was? Gerade oder nicht? Where the hell am I? Also, wo sind wir? Ja, wo zum Teil sind wir? Okay. Ist wirklich so ein Pity-Ding. Ja, okay. Wir laufen mal. Achso, wir können sogar sprinten. Ist natürlich nice. Wobei, wenn wir sprinten können, weiß ich jetzt gar nicht, ob das so toll ist. Okay, der Raum sieht jetzt anders aus. What the fuck? Warum höre ich jetzt mein Herz schack so? Oh Gott. Ich seh nicht... Also, ich seh nichts. Okay, jetzt seh ich ein bisschen mehr. Los. Es geht bis nach oben weg. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Emotional, damn it. Oh, Oma. Das ist gar nicht so toll, aber danke für den Alert. Do you know the person behind you? Da ist keiner. Hä? Mitch person? Okay, ich komme nicht mehr zurück. Äh. Nein. Wo geht's jetzt weiter? Also, was ich schon mal... ...sagen kann... ...die Atmosphäre ist auf jeden Fall da. Was spürst du denn? Oh, ich habe jetzt so viel Schiss, mich umzudrehen jedes Mal. Ich wollte gerade sagen, wir können ja jetzt weitergehen. Das ist ja mal gar nicht so toll. Oh Gott, das war jetzt aber... ...meine Fresse. Okay. Jetzt habe ich mich vermalt. Oh Gott. Wo ist... Was ist das hier? Okay, also der hat mich auf jeden Fall schon mal gekriegt, der Jump-Scare. Der war toll, 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 toll. Und ich damit... Oh, die Saus. War das denn so clever, das... ...aufzumachen? Ist es wieder runtergegangen? Nee. Wie viele Tore muss ich denn hier aufmachen? Äh, okay. Hallo? Wir laufen jetzt mal geradeaus weiter. Da ist ein Stuhl. Ja, hier ist auch ein Stuhl. Cool. Kann ich mich draufsetzen? Nein. Hm. Ich hoffe, ich drehe jetzt am richtigen Rad. Okay, der Stuhl ist nur da. I don't know. Wollen wir gucken, ob das Tor jetzt offen ist? Äh, natürlich nicht, weil... ...wir brauchen noch ein drittes. Wir brauchen noch ein drittes Rädchen. Na klar. Okay, cool. Dann gehen wir hier in diesen ganz tollen, gar nicht engen Gang. Und gucken, ob wir hier noch ein drittes Rädchen finden. Hm. 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 Sensationell. Okay. Boah, ist ein bisschen beklemmend, muss ich sagen. Also, uh, so ganz leicht. So ein bisschen dezent. Wir können ja sprinten, ne? Ich hab ein bisschen Schiss jetzt. So, da ist der Durchgang durch. Ich will mal ganz kurz gucken, ob hier noch der Stuhl ist. Ja, der... ...Stuhl ist da. Lag der Zettel schon vorher da? Wenn ich mit dem... Kann ich mich ducken? There are times when I... ...when all I can think about is murdering someone. Okay, ähm... ...danker. Ich bin weg. Schminkall. What the fuck? Ja. Das war gar nicht so nett. Gar nicht nett. Aber das Spiel ist ja auch nicht da, um nett zu sein. Oh, ich seh aber auch wieder nicht so viel, ne? Warum komm ich hier nicht... Ich hab keine Ahnung, was ist das? Ed isst aber gerne Ketten... Soll er sich gönnen, wie eine Spaghetti ist? Okay. What the fuck? Wirklich? Oh Gott, und es hört nicht auf. Es geht... Es geht auch noch weiter. Ich kann jetzt in zwei Richtungen rennen. Okay. Cool. Gehen wir einfach mal erstmal in die Richtung. Ähm... Da hinten sind... ...Augen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Hallo? Okay, mach mal. Ich geh weg. Ich bin einfach nach da hinten durch. Ist okay für mich. Ah, da ist ne Wand. Ich dachte gerade, was ist hier los? Ah, ist ne Tür. Äh... Mach doch auf. Okay, mach nicht auf. Okay, mach nicht auf. Dann gehen wir weiter. Aha. Oh, no, 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 no. Okay, cool. Cool, 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 cool. Oh, ich mag ja so... Gar nicht gerne. So, die Zeiger fehlen. Kann ich da irgendwas machen mit? Wahrscheinlich. Okay, gehen wir wieder zurück. Oder müssen wir jetzt die Zeiger... Wir können nicht zurück. What is... Birds of fly... Was? Birds fly north in the summer. East in spring, west in fall. And south in winter. Okay. Also, Vögel fliegen nach Norden im Sommer. In Osten im Frühling. Und im Herbst nach Westen. Und im Winter nach Süden. Heißt jetzt... West. Oh, no. Also, Norden. East. Osten. Westen. Okay. Cool. Jetzt kommen wir zumindest wieder zurück. Oder auch nicht. Okay. Wir kommen hier nicht ganz zurück, wo wir hinwollen. Wir können aber gucken, ob wir jetzt in die Tür hier reinkommen. Nein. Können wir nicht. Aber so ein breiter Flur mit dieser Taschenlampe, die ist ja... Also, ich laufe mal jetzt hier mit Absicht ganz links. Weil... fühle ich mich wohler. Ich weiß zwar nicht, warum, aber... Ich fühle mich wohler. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Eine rote Tür. Okay. Okay. Wer sucht sich denn bitte so eine rote Tapet aus? Also... Wer macht sowas freiwillig? Ist ja nicht so, als ob ich jetzt die Tür öffnen wollte. Ich komme da nicht rein. Okay. Wir gucken mal ganz kurz. Jetzt sind hier noch... Ich... Okay. Nee. Bis zu Ende. Cool. Wo ist meine Taschenlampe hin? Was ist das? Was ist das? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Was ist das? Ein Schlüssel. I got a key. To this room. I hope so. Gleich. Das ist gar nicht schön. Okay. Das ist gar nicht schön. Viel bessere Tapete? Viel besser. Okay. Oh, ich habe so ein bisschen Schiss, dass mich gleich noch irgendwas richtig böses verfolgt. Aber wir gucken... Wir... Wir erinnern uns. Dieses Spiel hat ein 13-Jähriger programmiert. Was stimmt denn mit ihm nicht? Oh, Gott! Aber okay. Hey. Cool. Cool, 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 cool. Auf jeden Fall macht er einiges richtig Aha Aha Okay, also ich würde mal sagen, die Stühle zeigen darauf hin, dass ich hier nicht durch soll Und auch hier nicht Na, wunderbar Dann gehen wir doch geradeaus weiter Durch diese wunderbare Schild Weil wir es können Okay Was ist das? Also, ja Liegen, keine Ahnung Aber, okay Wir gehen weiter Noch mehr liegen und da ist ein Zettel Okay, stell da drauf Is it weird that I like the sound of screaming? Yeah Bisschen Schon ein little bit Jeder hat ja so seine Seine Habits Und du magst Den Sound of screaming Okay Ist jetzt nicht ganz so mein Favorit Aber, cool Cool, cool, cool Cool Was? 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 Oh no Oh no, no, no Was fällt denn da bitte runter? Ja, so ne Köpfe Nee, ist klar Wir werden mal ganz schnell hier durchgehen Und sind mal ganz schnell hier wieder weg Echt? Das ist Ja, nee, ist klar Oh Gott Also, das ist ja wirklich ein ganz schlimmer Albtraum, den wir hier haben Also, ist ja Geht ja mal gar Gar nicht Äh, okay Kann ich dich verschieben? Nein Kann ich nicht Äh, wie? I should find something to break these planks Ja Wie wär's mit so'n Was ist der Stuhl denn? Äh, so ne Crowbar oder n Hammer oder Ne Axt Also, ne Axt würde ich feiern Äh, es gibt mir so'n gewisses Gefühl der Sicherheit Dass ich mich verteidigen könnte Wenn ich wollen würde Vielleicht Aber auch nicht So, ist jetzt hier irgendwas, womit ich Das denn kaputt machen kann? Just an empty room Really? Äh, was war das? Was? Also, ich wär das Mein Kind würde ich mir aber Gedanken machen Ja, weil Das ist ja Oma Das, äh Ich würd mit dem auf jeden Fall Ein ernstes Gespräch führen wollen Wenn er mir das Spiel zeigt Und sagt Guck mal, was ich gebaut habe Okay, cool Achso, hier komm ich jetzt nicht mehr lang Ne, ist ja toll Aber die Bretter sind dafür weg Hey, hey, hey Wir haben ja Kein Werkzeug gefunden Sollten uns aber vielleicht fragen Warum die Bretter auf einmal weg sind Ähm Weiß ich jetzt nicht Möchte ich da jetzt Oh Also irgendwie nicht Aber wir gucken mal Ich kann nichts mehr machen Katzin Okay Okay Puh- Ich habe versucht, um sich zu wundern, ok? Aber jetzt bin ich einer von ihnen. Was? Soon, du bist auch. Ich hoffe nicht. Danke, dass du spielst. Mein Name ist Vasco Roger. Ich bin 13 Jahre alt. Das ist ein Spiel, das ich in zwei Wochen gemacht habe. Und damit ihr keine weiteren Videos verpasst, gerne ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns gerne bei einem nächsten kleinen Video. Wieder hier auch bei uns auf unserem Kanal. Bis dahin sage ich erstmal... Lägeron!